Da nix los. Kev, bleib einfach hinten und schieß von hinten. Jo. Und nicht irgendwie, ich mach hier Ulti und renn rein und kill alle, das klappt nicht. Du kriegst einfach so viel Stun ab, du bist dann halt einfach tot. Der Steel hätte reingemusst, ja das sind 2 Enims, das war's. Steel hätte als erstes reingemusst und dann meine Ult hinterher. Ja, ich hab auf dich gewartet so. Ja, ich hab ja dann geultet, als wir drin waren. Ja. Das sind 2 Enims. Ich auch. Das drehen wir noch, das drehen wir noch. Nein, das ist los, das war eh nix. Die waren jetzt okay. So schlecht ging die Gegend. Moins und beim Momentlof, mein Name ist Dottie und herzlich willkommen auf Rapsplay. Wir spielen im 5-Stack und ich spiele Richtor im Jungle. Jungle of, was hab ich denn? Ich könnte auch so ein Rampage-Deck spielen. Das nur miterleben kann hier, ne? Rampage-Deck ist auf Ordnung. Warte mal, ich guck mal was da drin ist. Das. Das. Boah, aber Deck wechseln, was hab ich hier drin? Lanza, was geht ab mit dir? Piss dich auf deine Lane, du Bastard. Macht er gewundert. Ich hab ja absichtigte Sabotage hier. Ich glaub ich spiel das Deck hier. Ich hab Shinbi gegen mich. Shinbi macht Fähigkeitsschaden, ne? Shinbi macht Spaß. Ja. Ja. Ne, das wird lustig. Das ist schon ein Losing Landing. Boah, ich glaub meine Grafik ist nicht mehr eingestellt. Oh mein Gott. Ja, die Grafik schwankt voll oft rum. Alter, keine Ahnung. Macht komisch aus. Okay, Murdoch und Rampage sind schon mal Freemates. Ice Steel Kills 2, Ice Steel Kills. Ja. Ah, gegen den haben wir doch letztens schon mal gespielt. Ja. Wenn ihr habt? Ja, ja, ja. Aber wahrscheinlich nicht. Wenn sie gegen uns spielen. Boah mein Spiel ist voll leise, ich muss gleich lauter machen. Ah, Kev? Wie wär's mit Farben? Ja. Kev ist wieder am Wangen. So. Ja. Was? Ja. So, kurz mal die Einstellungen. Schnell, äh, Audio. Ach, Ice Steel Kills. Den hatten wir doch nach. Kev, das sagst du in jeder Runde. Ey, das war echt so. Guck doch mal. Ah. Ice Steel Kills. Wo hatten wir den? Alter, jetzt farm doch erstmal. Vorgestern. Ups. Wenn du sie kommen lässt, Bachy, kann ich ganken. Ich will aber direkt Druck machen. Oder? Ja gut, wenn du willst. Warte mal, ich komm mal. Ich hab leider keinen Silence. Können wir auch Tower Diven. Stun. Sehr schön. Schau mir mal, Quatsch. An der Halber. Ich hab den Hucke brauchen. Ich hab den Hucke brauchen. Ich hab den Hucke brauchen. Ja, dann komm. Alles klar, ich bin da. Ich hab keinen Mana mehr für den Hucke. Fuck. Läh, komm. Dann raus. Läufst du dir jetzt hinterher? Ja, aber die kann nix. Alter, farmen ist ja voll einfach geworden. Was ist denn hier los? Die kann nix. Ich geh weg. Gold-Buff in 15, Kev. Da kam ein Rampage-Stein, aber wo kam der her? Keine Ahnung. Vom River. Alter, da kam halt ein Rampage-Stone. Oh fuck, jetzt Rampage. Ja, ho ab. Au, er hat mich erwischt. Jetzt loadt er mich. Ich bin tot. Du musst ihn pushen. Ich bin tot. Er hat auch Green-Buff. Ich hätt ihn nicht angreifen können. Der... Der macht jetzt mal einen Green-Buff, Kev. Oder Mid-Lane. Wo ist Mid-Lane? Ich bin grad... Also meine Mid-Lane, so ein Gegner ist hier. Nee, ich mein der Rampage macht den Green-Buff. Hast du ihn geklaut? Wir haben ihn geklaut. Sehr schön, Buffy. Du kannst fighten, ich komme. Den Beam ist. Aber keine Ahnung wo. Einfach ihn fighten, einfach ihn fighten. Stop, die ist back. Nein, mit Stunnis daneben. Ja, dann geh zu deinem Tower, Sonic. Dann geh zu deinem Tower. Hauptsache er kommt den Green-Buff nicht machen. Ja, ich weiß. Nabelsch hat bald kein Mala mehr. Achtung, Rampage kommt in die Mitte wahrscheinlich. Ich brauche hier Hilfe, Sonic. Ja, ich komme. Okay, jetzt kannst du gehen. Ja, dann geh du doch mal back in, dann halte ich dir sein. Ja, alles klar, danke. Lass mal zurück. Ich habe ja jetzt ausgepusht, so schnell kommt sie nicht weg. Ja, pusht die Lane aus. Oh, warte. Haben die einen Rampage? LOL, der war unsichtbar. Ja, Mann, ich habe nur gehört, wie der den Stein anhebt. Ja. Mh. Alles klar, ich komme, Sonic. Ja. Ich glaube, die kriegst du nicht, oder? Klar kriege ich die. Ja, siehst du jetzt, sie hüpft raus. Jetzt hast du einen Minion-Akku und jetzt kriegst du mehr Damage. Was machen wir das hier los? Nein, ich habe daneben gehuckt. Ich habe daneben gehuckt. Ich brauche den Silence, ey. Ich muss den Silence gehen. Ja, war knapp. Das ist voll scheiße zu hucken, wenn die direkt vor dir steht. Dann, ich habe irgendwie so über sie drüber gezielt, weißt du? Ich bin auf dem Weg nach links. Okay. Was mit dem Riverbuff rechts sputzen? Ich weiß nicht, ob der. Geh mal gucken. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Muss ja schon ein bisschen meine Mitte pushen. Chimbi will den Riverbuff hier. Also, Rota kommt jetzt hier, ja. Ich habe den Riverbuff rechts auf jeden Fall. Ich bin unsichtbar. Ich habe links. Oh, Kev, Alter. Wieso bist du so weit vorne, Mann? Ja, wo bist du? Junge, ich habe gesagt, ich bin in Riverbuff. Sie reden doch die ganze Zeit darüber. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ich habe das vorher nicht mitbekommen. Alter Schwede. Ich habe den Murdoch eigentlich getötet. Meinst du, ich bekomme den Murdoch down? Ja. Nein. Ja, 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 ja. Nicht mit Namen nach rechts. Auffassen. Sie läuft durch den Jungle. Jo, ich bin schon weg. Will sie gegen mich machen, Alter. Ich habe Spike hin. Wenn sie nach rechts kommt. Ja, Sonic, hier. Komm mal her, Sonic. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Stun. Nein. Drauf, 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 drauf. Die kann nichts machen. Doch. Ja. Wow, wow, wow. Fuck. Die hat die Ulti aufgebaut. Nein. Sieh dich zurück, sonst bist du down. Die hat die Ulti auf mich aufgebaut. Die Fotz. Ja, Alter. Murdoch ist miss. Ja, Murdoch hat mich besnipet. Ich kann mich nicht halten. Ich kann mich nicht halten. Ja, what the fuck. Ah, fuck, hätte fast geklappt, ey. Man. Grafik ist irgendwie total runtergedreht, aber angeblich habe ich nur 50 Frames. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf Cech-In jetzt. Ja, ich auch sowieso. Dann können wir gleich mega schnell den Reps klatschen. Dann können wir gleich mega schnell den Reps klatschen. Bewegungslos in der Mitte rum. Dann immer schön staggen den Cech-In, gell? Ja, okay, ja. Der ist gut weggeported. So geil, wenn der Jungler und der Offliner Cech-In haben beide. Das ist so schnell der Reps down. Ich muss erstmal mein blödes Ulti. Warte. Ah, lohnt sich nicht unterm Tau. Ja, ja, ja. Stört nicht. Lieber kombinieren, wenn ich auch Ulti dann bekomme. Ja. Kriegst du sie, Confucius? Mit der E? Ja, ich glaub nicht. Schaut ab. River Buffs. Helft mir den Schwutz mal bei den River Buffs, bitte. Ja, ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Aber pass auf, Rampage. Ja, ich gehe links. Ich weiß nicht, wo Ramp ist. Ab. Jo. Ab den Linken. Ich spiel gar nicht so schlecht, die Aurora. Warte. Warte. Also hätte ich jetzt ein bisschen mehr Damage gehabt, hätt ich ihm die auf jeden Fall in ihren eigenen Tau. Kann ich noch nicht voll. Aber in den River Buffs, ja. So gut kann die nicht sein. Okay, Stand ist Miss. Du kannst aber zum Tower laufen. Alles klar. Ich gehe links Miss oder die wird in der Base sein. Da redet alle gleichzeitig. Ich verstehe alles. Sorry. Alter, die stehen halt im Tower, Mann. Was ist los mit denen? Ja, ich hätte durch einen Jungle sollen. Ja. Ja. Geh mal einer links, Stefan. Seid ihr beide down? Ich bin noch im Weg, ja. Ja. Oh, was Smoky schreibt. Wollt ihr so den Grashalm hucken? Ja, Mann. Grashalm beste. Ich hab ihn fast bekommen. Oh. Pack. Und. Nein, 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 nein. Oh. Hm. Ich hab keinen Mana gehabt, sonst hätte ich sie gekillt. Nein, jetzt ist mein Green Buff ausgelaufen. Ja, das Chimby musste aufpassen. Die hat übel Sinn hier mit ihren Brickswölfen. Ja, ich hab auch noch ein Chimby-Deck. Könnte ich eigentlich gleich auch mal spielen. Kriege ich den Stack, wenn ich einen Minion töte damit? Oder muss ich einfach nur Schaden machen an dem Minion? Einfach nur Schaden. Oh. Chimby miss. Aufpassen. Ja, ja. Oh, er ist wieder da. Ah, die hat keine Ulti mehr. Wo ist denn die Chimby? Ich muss mal back mein Item kommen. Ja, miss. Keine Ahnung. Ja, dann muss ich in den Tower gehen wahrscheinlich. F zu weit vorne. Ich denke mal, die würde sich heilen sein, weil die halt lower. Ich bin da auf. Ah, warte. Äh. Ja. Immer noch Moose-Farmer. Was ist hier los? Ja, da war was im Jungle, Cap. Ich hab's gesehen. Dann geh raus. Dann direkt umdrehen und weg. Wenn der Rampage einmal Blut geleckt hat, der kommt immer wieder. Gold-Buff. Ja. Haben wir den linken River-Buff. Ja. Up. Okay, nice. Hinter mir ja, ne. Ja. Wenn ihr fighten wollt, dann geht oben raus. Ja. Kommst du? Ja, ich komme. Deswegen sag ich ja. Achtung, Mitte. Fuck, ich hing an der Mitte weg. Ulti. Ich komme. Boah, ich treff sie nicht. Aurora ist weg. Mitte, Aurora ist weg. Nein, ich hab nicht getroffen. Okay, weg da. Nein. Jetzt kommt. Ein Hit, Alter. Ein Hit und die Shinbi weg. Back, 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 back. Ja, die Shinbi hat mich da rumgetäuscht. Ich konnte nicht auf die Aurora achten. Einfach zum Tower gehen sollen, wenn ich calle, dass die Aurora weg ist. Nicht dumm fighten. Da war ich schon im River. Mit der. Mit der Shinbi. Was für Karten geh ich denn gleich. Ja, der spawned wieder. Oh, Raffelchen. Hinter euch. Pull, 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 pull. Ja. Nice. Alter, krieg ich Schaden, ey. What the fuck? Aua. Ich bin gestowned. Ich bin geultet. Alter, die chillen halt einfach bei uns. Fifi kommt nach rechts. Der Murdoch, röpfen wir hinterher, Leute. Der Murdoch. Ich glaub nicht nach rechts. Kommt sie doch nach rechts. Kommt sie doch nach rechts. Kommt sie. Ja, kommt sie. Leute, der Murdoch. Ich kann da nix machen. Nice. Ich hab ihn nicht schneller erwischen können, sorry. Kann nix schneller laufen. Also Lanza, nächste Runde. Mach ich die Phase. Du, Kerry. Okay. Der ist ja genauso schlimm. Ja. Ist doch fast. Sorry, Bro. Du beleid. Guck mal einer in die Mitte gerade, weil ich hier nach rechts gelaufen bin. Ja, geh du in die Mitte. Und drücken wahn. Ja, scheiße. Ja, im Weg in die Mitte. Mitte ist wichtiger. Ja, okay. Ja, Mitte hat aber keiner gedrückt gehabt. Rechts waren die am Puschen und in der Mitte war erst keiner. Deswegen. In der Mitte hätten die Minions statt. Ich hab ihn schon gemacht. Ja, aber die nächste Wave hätte die Minions gepickt. So. Bis ich da gewesen wäre, wären die eh. Die. Kannst durch die Mitte gehen. Jetzt bin ich auf dem Weg. Nein. Scheiße. Rampage. Oh. Wo ist die Fell? Oh, okay. Pull ihn. Mach irgendwas. Ulti. Komm, Mitte, Mitte, Mitte. Go. Ich bin Rap. Ja, geil. Confusion, hau alles drauf. Der stirbt doch. Mach ich doch. Weiter. Weiter. Jetzt noch ne. Oh, scheiße Leute. Helfer Hein. Achtung, Aurora kommt. Aber hinter euch hier. Helft mal dem Lanza. Helft mal dem Lanza. Helft doch mal für den Lanza. Schon gut. Wer ist der Lanza? Ich bin nervös. Lol, Kev. Lol, Kev. Jetzt musst du gegen Rücken eingehen. Ah ja, genau. Ja, hab ich schon. Mach damage, damage. Hier, go. Sehr schön. Weiter. Ich geh rechts, Deffen. Ja, geht back. Nicht wieder over. Ja, da kann man auch noch. Kein Mana mehr. Jetzt zurück. Ja, dann geh. Macht Raps, macht Raps. Raps, alle Raps machen. Alles klar. Ich Deff rechts. Alle? Ja, alle. Alle heißt alle. Alle. Sollen wir alle hingehen? Mach jetzt damage hier. Ich kann nicht lange halten. Hast du Ulti? Nein. Nein. Nö. Lol, hinter mir fällt der Tower. Das gibt's doch gar nicht. Komm Bachi, wie mach ich. Go, go. Danke. Hätt meiner bitte die Mitte. Ich hab kein Mana, aber gar nichts. Ja, dann hier. Dann nimm die River Buffs. Warum gehst du jetzt back? River Buffs dann ab. Oh. Jetzt zu spät. Ich weiß was. Ja, beeil dich. Ja, beeil dich. Oh, hast du Repaid. Geht mal da raus, Leute. Geht mal raus aus dem River. Oh, Hilfe. Ich bin da, Bachi. Okay, zurück. Hier, über die Rebs zurück. Und bist du? Schöner Pull. Schöner Pull. Nice. Hat geklappt. Wollte ich nur da aus dem Gemengro wegholen. Gut. Lass mich wieder links. Ich geh gleich nach rechts. Ich geh gleich nach rechts. Okay. Geh du Mitte. Und helf dem Team. Weil deine Ulti ist essential für das Team. Ja, mit deiner zusammen. Ja. Ich kann gegen die, gegen die Aurora mehr ausrichten, als die Faye, die bei zwei Hits auseinanderfällt. Ich hab jetzt 13 Stacks. Ah, Faye ist links nicht. Aber ich kann links ganken kommen. Ich hab noch Mana und so. Ja komm. Ja. Ich glaub die haben einen Ward hier. Oder die gehen wegen den Minions. Ja. Ich geh mit dir helfen. Kannst du ulten? Ja. Warte. 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 Jetzt. Ja, jetzt zu weit weg. Rampage kommt. Ich glaub die haben überall Wards, Alter. Hinter dir. Boah. Das hat noch gezählt. Ja. Ich bin mit der Maus verzogen. Woop. Links ist Smith, glaub ich. Ja. Mitte kommt. Fuck, 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 fuck. Was ist denn da los? Komm die kommen, die kommen. Pass auf. Oh fuck, ich bin hier oben eingefroren. Ich hab die noch gekillt, Mann. Ja, Marsch, Alter. Hast du gesehen, wie viele Leute da gefroren? Probiert euch doch mal. Hallo. Probiert euch mal. Ich hab einen. Komm dazu. Ich hab Ult. Ich hab alles. Ich fick die jetzt. Kev, ich brauch Hilfe. Kann mich einer pullen? Ja, mich pullt keiner. Okay, danke. Lanzer, ich komm dazu. Lanzer, ich komm dazu. Ich komm dazu. Ich komm dazu. Auf den Murdoch. Auf den Murdoch. Ja, bitte. Na, Bash. Sehr schön. Murdoch. Murdoch, Murdoch. Damage. Hol den Mid-Tower, wenns geht. Ja. Alter, den Rampage hier direkt holen. Komm. Ups. Erstmal Mid-Tower, Mid-Tower Objectives. War nicht geplant, hab nicht gesehen, dass du keinen Mann hast. Geht angeblich alles auf episch, Alter. Kann gar nicht sein. Das sieht so hässlich aus. Ja, ja. Hier, dive, 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 dive. Auf den Rampage, auf den Rampage. Damage, Damage, Damage. Jetzt Tower, Tower, Tower. Alter, mach doch mal Damage auf den Tower. Hör doch auf die Minis zu schießen. Mach ich doch. Okay, und jetzt zurück, 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 zurück. Komm. Links auf die Land, Kev. Wer braucht, wer Mana? Willst du links? Okay, ne, ich brauche nicht. Ich geh nach rechts. Jetzt Zeit, okay. Raps in Ups, aber Raps machen. Der Tank ist noch down, paar Sekunden. Schafft ihr das? Raps. Raps play, komm. Raps play, go, go, go. Komm, direkt. Jetzt direkt scheiß auf den Green Buff. Alter, geiles Portal. Achtung, die kommt zu euch, die kommt zu euch, Achtung. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich kann dich nicht bollen. Ich boll mich, ich boll mich. Ich kann dich nicht bollen. Ich hab sie geulted. Ich bin drinnen. Go, go, go. Schön gepult. Oh nein, hallo. Ich bin auf dem Weg. Ich hab Green Buff alles. Okay, jetzt ist es um die Raps. Eine Sekunde. Komm, Raps, go. Oder? Weiß ich nicht. Der Carry ist tot. Ja, die kesseln uns ein hier. Komm, wir müssen erstmal wieder pressuren hier. Ich muss mal in die Bait und Scheiden gehen. Ja, rechts pusht gegen uns, Bachy. Wow. Ich sette. Aber lass mich erst rechts setten, bevor wir jetzt Raps machen. Ja, ich geh die Boarden. Komm, wir. Hier ist Rampage. So, ich baue als nächstes die Karte gegen Attack Speed. Oh, die ist sehr gut. Aber muss erst rechts setten. Links muss auch gedeppt werden. Läuft auch gegen uns. Rampage ist halt hier. Könnt ihr Nabech irgendwas machen? Ja, ja. Nabech ist jetzt gestand. Oh. Oder auch nicht. Oh. Der hat zu viel Speed. Aktion. Was ist mit Mitte? Oh, Konfuzius. Ja, der Rampage. Ich komme. Der Dive. Da kommt der Stein. Ah, damn. Ich mach den Rampage. Warum macht der so einen Damage, Alter? Aurora ist miss, Aurora ist miss. Ah, fuck. Der Rampage hat mich angesprungen. Oh nein, ich hab ihn geholdet. Alter, was soll das denn? Das ist normal, Spurzimmer. Aurora, was ist mit Aurora? Ich bin hinter ihr. Ja, lass machen. Ah, weiß ich. Da ist noch Shimbi und die ist full live. Und der Tower wird hier gefächert. Da kommt noch Nabech, pass auf. Ach, der Nabech kann ich sehr dumm. Andy Rampage. Ah. Wir müssen wieder nach links. Jupp, let's go. Lass mal Raps machen jetzt. Ja, dann fangt an. Mitte läuft gegen die. Komm, mithelfen. Ja, dann schnell, komm. Mach Ulti. Lanza, mach Ulti. Komm, ich komm, ich komm. Ja, mach mal Zechin drauf. Ich hab erst in 10 Sekunden. Zechin macht man immer, um zu securen. Spurzimmer nach rechts. Ja, ich weiß. Aber ich wollte es jetzt einfach schnell machen. Auf dem Weg. Ich wollte es jetzt einfach schnell machen. Okay. Ja, ja. Dann geht links. Links, links, links. Okay. Ihr wollt. Ja, mach du so lange Mitte. Ich geh mal back und kaufe mir den. Äh. Ach nee. Kann ich das? Ach nee, warte mal 7. Ich würd gern mal weggehen. Ich würd gern echt mal weggehen hier. Ja, ich komm jetzt Mitte. Guck mal, mit dort für Karten ich nur rumlaufe. Ja, dann geh back. Ich bin Mitte. Bis wann behältst du denn Zechin immer so? Aurora, Mist, recht? So lange bis ich ne Karte hab, die besser ist. Also, wenn ich nur zwei Karten hab, lass ich das immer drin. Rampage ist Miss, ne? Aufpassen, links. Ihr seid weit vorne. Okay, dann geh ich mal weg. Aurora ist hier. Ja, weg, 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 weg. Ich muss eh back, von daher. Wache, geh doch back. Ja, ich wollt grad noch 1 CP, also 1 CP mal haben. Wissen ist dem Zweiten hier, Alter. Jawoll. Na, ich sollt' da. Yeah. Scheiße Bitch. Pass auf, rechts. Da kommt Cap. Hier muss noch bleiben. Hast du noch Ulti? Hast du Ulti? Ja, dann hat man eben am Raptors benutzt. Achso, stimmt, stimmt, stimmt. Hey, nein. Jungler, Jungler. Rotier mal, rotier mal links. Was machst du da jetzt? Whitecamps. Wer ist Jungler? Ich. Achso, ja, go. Guck mal hier, die brauchen Hilfe. Boah, was hat mich denn jetzt so weggefixt? Na, nicht so wirklich. Die sind alle hier, Mann. Ne, einer ist rechts. Schöne Ulti. Guck mal, sind doch zwei tot. Ich, ich versuch dich zu schützen. Ja. Unwächst. Ich komme, von hinten. Kommst du weg? Wache, fighte weiter. Der Rampage hat keine Ulpen mehr. Ja, ja, ich bin dabei. Ich komme von oben. Aber ich halte nicht so viel aus. Der Dinger schießt jetzt auf mich. Ich komme von oben. Auf Murdoch, wenn es geht. Ja, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ah, sie haben einen Ward. Ja, komm. Hier, Murdoch. Nein, ich habe nur einen erwischt. Alter, warum macht ihr so viel Schaden? Mach ihn. Ich habe ihn. Ich brauche, äh, Life. Ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Hier, stun. Ulti. Nice. Sehr gut. Tower holen. So, pushen, pushen. Aber einer muss rechts treffen gerade. Bitte einer rechts. Einer rechts, nicht alle rechts. Ja, okay. Ja, ich bin einer unterwegs. Mach bitte ein Set die Line bitte nur. Also nur die Shisha Minions. Die Shisha Minions. Die Shisha Minions. Alter, wie geil ist das? Und hier auch nur setten. Kein Hard Push. Ah, okay. Wir gehen jetzt erst mal back. Wir gehen jetzt back. Komm, ich muss sowieso zurück. Und Mitte? Ja, River. River holen hier. Mitte? Ja, dann fick ich sie einfach weg. Hier ist ein Unsichtbarkeits-Buff. Äh, wir müssen Mitte deffen. Ein Unsichtbar. Alter, komm mal her hier. Farm. Okay, sie ist weg. Sie ist noch durch meine Pflanze gelaufen. Ulti war schön spurtzen. Gut gesehen, schön rotiert. Nice. Ich bin ganz rechts nach ganz links gelaufen, Alter. Das ist ein langer Weg. Ja, aber das machen die wenigsten, weißt du. Die wenigsten rotieren dann so. Noch ein Unsichtbarkeits-Buff. Äh, Wraps sind wieder da. Ja. Hier ist ein Ward. Kann einer ein Ward machen? Ja, ich komme. Und ich backke jetzt Buff. Wraps machen. Ich habe einen tausendzehner Zechin. Loll? Loll? Ja, hau ab. Ne, ne, ich guck der hier zu. Oh, Rampage. Rampage. Oh. Wenn du siehst dann... Wir müssen raus. Wir müssen raus. Nein, hau ab. Kev, du machst nicht genug Schaden gegen dich. Wir sind alle RIP. Wir sind zu zweit. Ja, wir müssen dem Team helfen. Alter, was ein Pull. Okay, da kam ein Woll. Ach, schade. Kann sein, dass sie jetzt Raps machen. Ja, ja. Harry, du hättest da rotieren müssen, ne? Ja, zu spät gemacht. Alles klar. Ich dachte, der Cash wäre schon auf dem Weg gewesen. Ja, der hat wieder geturnt, weil er dachte, ich wollte die Aurora angreifen. Aber ich habe dreimal gesagt, nein! Defti Mitte, ihr habt da keinen Tower mehr, ne? Oder? Doch, er steht noch. Oh, oh, oh. Gebt mir jetzt 2. Mein Tower, Alter. Der hat eben Ulti gemacht. Okay. Kev, geh nicht so weit nach vorne. Die haben 2 Stunts. Lass den links fallen, den Tower. Das ist wichtiger. Shinbi, Shinbi, Shinbi. Oh nein. Ich muss da raus. Danke. Der hat wieder Ulti. Ja, der hat nur eine Minute Pull. Rampage auch nicht mehr. Aber wir, ja, ne, wir haben keine Hilfe. Der Spurzeln ist noch da. Ich bin jetzt da, aber... Ich bin jetzt da, aber... Später. Egal. Europa rotiert. Aber sie hat nicht mehr viel Leben. Aber sie hat keine Chance gegen mich. Muss erstmal für Mana gehen. Ich set jetzt links und komme Mitte. River Buffs sind 3 Sekunden. River Buffs, genau. Ja, ich will links. Komm dann links. Ja, Black Buff. Red Buff. Ich hab Gold Buff. Ich hab Gold Buff. Hier ist irgendwer unsichtbar. Nicht gut. Ja, das kann doch nicht sein. Wir haben noch beide Buffs geholt. Ja. Eigentlich schon. Außer sie haben schon Schattentänzer. Irgendwer. Ja, in dem Team nicht mehr. Ich brauche Hilfe, Leute. Könnt jetzt rotieren. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. In River. Also 2 sind bei mir. Boah, ich kann nicht viele sein. Auf Hochbach hier? Oder? Ja. Ja, ich bin safe. Schöne Ulti kommen. Pass auf, da kommt Rampage noch. Ja, Kev ist alleine. Okay, die Link. Also rechts pusht jetzt für alleine. Wraps sind gleich wieder ab. Lass schnell Jungle machen alle. Bisschen Farmen. Ah ne, Kev ist back. Scheiße. Ja, ich bin mit OPD. Lass noch einen dritten Stack Wrapp machen, bitte. Dann haben wir auf jeden Fall alles voll. Acht macht und so weiter. Ja, noch 40 Sekunden. Ja, noch 40 Sekunden. Noch 40 Sekunden also. Ja, mach den Jungle schon mal so lange so. Bisschen Farmen so. Ich hab Zeche noch ready. 1200 jetzt. Ja, ich auch. Geh mal deine Zeche zahlen, Leute. Votier schon mal zum Dingens. Äh, Jungler bitte. Kev, geh mal da aus dem River. Ne, ich wollte hier noch ein bisschen angeln gehen. Hat einer einen Black Buff gemacht? Ne. Doch. 15 Sekunden noch. Ich hab in 50 Sekunden roll. Der, wo links war, ja. Komm, go. Go. Go, go, go. Ja, ist kein Raptor da. Ich push hier an. Geh schon mal Raptors. 4 Sekunden, komm, go. Ja, bin glück da. Mach doch mal schneller. Mach doch mal schneller. Ich kann nicht schneller laufen als W drücken. Keine Ulti oder so raus, wie er platzt. Ich mach's. Achso, warte. Ich hab keinen Mana mehr für Zechen. Egal. Ich hab Zechen gemacht. Easy. Da kommt Aurora. Hier, Mitte pushen. Oh, Kev. Oh, die sind da alle. Ich hab keinen Mana, Leute. Ich hab keinen Mana. Raus. Ich hab sie nur geslowt, damit wir den Kev nicht kriegen, ja? Ja. Gut, Alter. Okay. Nicht fighten. Kev, hau ab. Nicht fighten. Nicht rückwärts laufen. Schießen. Umdrehen. Laufen, bitte. So, ich muss back. Ich hab keinen Mana, Leute. Ja. Jetzt müssen wir wieder die Lanes setten. Hier wieder rechts setten. Richtig aggressiv hier, Alter. Ich glaube, ich würde hier den solchen Hermaleng noch spielen. Aurora, Jungle. Bau ich mir immer noch. Ne, Aurora holt sich einen River buffed. Ja, ich fix hier. River buffed. Die hat doch hier geboren. Hier ist sie. Sie hat einen Red Buff. Was wollt ihr jetzt auf meiner Lane? Ja, links müsste jemand zu mir kommen. Ich bin aufm Weg, Lanza. Lanza, ich komm. Ja, geh du rechts, Sonic. Rechts ist doch der Stil. Ja, genau. Ja, dann helfe ich, Brachy. Dann willst du mir helfen? Ich hab alles im Griff. Ja, Mitte muss aufpassen. Raus, raus, raus. Wenn du gestunt bist, auf dem Weg. Ja, dann lass die Mitte machen. Ich hab den Stein schon fliegen sehen, dann bin ich schon umgedreht. Ich glaub ich geh hier auf solchen her gegen den Rampage. Ich wollt auch solchen her. Ach ne, doch wollte ich auch mal. Kev, was machst du? Wusstest du es? Ja, ich komm dazu. Wir müssen alle routieren jetzt. Ich bin tot. Oh, die ist so low. Kev, Alter, das war wieder wegen dir. Komm dazu, Spurzmassen rollt. Ach du, Norbesch. Geh raus, komm, Confucius. Was machst du? Geh raus. Der Tod. Warum gehst du denn nicht raus? Ich hab's nicht wirklich realisiert. Ich muss mich an die Scheiße hier gewöhnen, Alter. An die Interface-Veränderungen hier. Du hast Gefäßarbeit auf. Alter, komm. Boah, der letzte Schuss vom Murdoch. Interface-Veränderungen, hab ich gesagt. Warte mal, so. Session brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Wir haben zwei Raps. Ich hab Session noch dabei. Aber ich hab keinen Maler mehr. Das ist gut. Ja, einmal kann ich noch kasten. Ja, kann sein, dass die jetzt Prime machen. Alter, Kev, das war jetzt wieder nur wegen dir. Und dann hätten wir nicht reingehen sollen mehr. Aber ich musste dich ja safen, Alter. Ihr müsst nach dem Orb gucken. Orb ist da weg. Hast du Ulti ready, Lanza? Ja, die sind da. Ja, aber geht nicht rein. Kev, guck mal von rechts. Du hast eben rechts die Aurora gesehen. Hau ab. Ja, ja, natürlich. Oh, leicht. Der Stein. Hol dir den Green-Buff und rein da. Jetzt hast du den Sonic dabei. Jetzt müsst ihr halt gucken, dass die nicht den Orb machen. Rampage kommt. Du gehst hinten. Geh doch nicht nach vorne, Alter. 15 Sekunden Raps. Die machen. Nee, die machen ich nicht. Die können die nicht machen. Weil der Carry links ist mit einem Supporter. Ich geh nach rechts. Ja. Wir können noch mal Raps machen. Ja, ab zu den Raps. Nee. Nee. Was bringt uns das denn? Ja, wenn die auch machen dann? Ja, Acht macht. Ja, dann machen die in der Zeit OP. Nicht, wenn der Carry links ist. Ja, los. Schnell Raps machen. Ganz schnell. Ja, warte mal. Der Rampage rennt hier rum. Ich hock den hoch. Okay, mach. Ich hab mich getroffen. Ich hab mich nicht gesehen. Der Wart hier ist weg. Dann... Ja, die machen Raps. Raus, Kev, Kev. Warum gehst du da rein? Verpiss dich. Hab alle aufgedeckt. Nein. Du hast keinen Mana. Gar nichts. Wir müssen warten, bis Steel da ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Wenn die den Raptor machen, mach ich Zech hin. Ja, ja. Ey, gruppiert euch. Kreis auf die Aurora. Was ist mit Raps hier? Go, rein. Ja, du bist der Inizater. Jetzt mach nicht den Raptor. Kämpf doch gegen die. Ja, was wollen die denn machen? Ja, rein ulten. Jetzt rein, rein. Los. Ich bin gespannt. Na, welches RIP? Oh, Alter. 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 Hat das dir getan. Die Aurora wieder von hinten. Ich bin hier alleine gegen Murdoch und alle. Oh, Leute. Ja, wir hätten die Aurora poken müssen. Nee, du kannst nicht einfach sagen, jetzt rein und dann als Carry vorlaufen. Ja, das war ein bisschen blöd. Kev, du bist keine Freundlein. Du bist Carry. Du musst auf dein Position... Ja, egal. Aber du musst auf dein Positioning achten. Wir verlieren jetzt hinten und schießt aus der Backline. Und... Ja. Zwei Inips. Und das ist lost. Nee, nee. Ja, die Mitte machen die jetzt auf jeden Fall. Oder die gehen jetzt zum Prime erstmal. Ja, chillt mal. Also T2s verlieren wir auf jeden Fall. Da nix los. Kev, bleib einfach hinten und schieß von hinten. Jo. Und nicht irgendwie, ich mach hier Ulti und renn rein und kill alle, das klappt nicht. Du kriegst einfach so viel Stun ab, du bist dann halt einfach tot. Der Steel hätte reingemusst... Ja, das sind zwei Inims, das war's. Steel hätte als erstes reingemusst und dann meine Ult hinterher. Ja, ich hab auf dich gewartet so. Ja, ich hab ja dann geultet, als wir drin waren. Ja. Das ist zwei Inims. Ich auch. Das drehen wir noch, das drehen wir noch. Nein, das ist lost. Zwei Inims down. Das ist lost. Die machen jetzt OP, so schnell kriegen wir nicht gegen gepusht. Aber wenn wir Glück haben vielleicht, wenn die dumm sind. Aber die trauen sich nicht viel. Ja. Die warten eigentlich nur, bis der Carry reinläuft und irgendwas macht. Dann muss der Tank halt mal rein springen, ne? Die Bitch hier. Danke. Jetzt ein schnell zum Orb. Sonst machen die den. Ja, wir müssen auch die Baseball... Erstmal gegen... Ja, das kann ich machen. Hast du Gott? Rechts kriegt dann alle Minions tot. Ja, dann komm jetzt. Dann go. Ich wurde zum links und rechts, äh, links und Mitte, gell? Ja. Ich glaub die haben den schon... Nicht durch den Jungle. Ist schon rum. Okay. Was ist los? Naja, die sind zu viert, ne? Trotzdem. Oh fuck, hier ist einer. Versuch mal zu dir auf. Sie hat mich geholdet. Ja, wo bist du? Im Jungle. Versuch zu mir zu kommen. Nice. Achtung, Rampage kommt. Rampage kommt. Rampage kommt. Schick. Oh Kev, du bist... Ja, du hast kein Follow-up. Ja, ich weiß. Ich bin nur da durchgeultet. Warum hookst du den Tank? Der ist ins Weg gelaufen, Alter. Fixiert! Oho! Spurzim, Junge! Ist gesilenced. Ist gesilenced. Mitte durch. Also rechts, rechts durch. Einer Mitte pushen. Wir machen rechts weiter. Einer Mitte. Kev! 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 Und dann Ende im Gelände. Ach, hier ist ein Tower. Ja, natürlich! Go, 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 go! Los, los, los! Ich kann die hucken, wenn es sein muss. Nein, wir machen den Tower. Ja, dann. So. Alles auf den Tower. Ich bin am Tower. auch nicht so weit weg weiter pushen weiter pushen natürlich weiter pushen ist gefallen lasst weggehen müssen weggehen wir haben endet gemacht es ist nur einer tod geht kommt raus raus was sollt ihr noch machen wir können eigentlich noch mal schnell machen ja schnell ich wollte vom steigen getroffen okay tschüss erlaubt einfach zu machen hab ich mir auch gerade gedacht er will mit dem spur zum deffen helfen kriegt ihr das noch hin da ich pack das ich war nur gerade mana aufladen das vorsichtig die fangen an zu chasen ja lass schnell so ein raps turnen wir müssen die halt in jedem teamfight schlagen können deswegen sind raps eigentlich ziemlich ziemlich nice ja wir schlagen die aber warte kev 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 ja was denn helft dem helft dem helft dem ich bin da aber der muss komm hier runter ja ich war gestunnt ist dann ihn oh man jetzt muss ich oben lang laufen okay lass ihn abmachen lass ihn abmachen komm raps carry ist rechts face kommt und der hat ulti raus was soll er machen gibt mir einen stein da kommt aurora da kommt aurora aurora ich hab sie gesilenced ja man alter nabes ich hab keinen hook ich hab keinen mana für den hook mitte ja ich bin auf dem weg jetzt habe ich wieder hook warte 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 jetzt wir pushen jetzt links ja hier bin jetzt schnell ja ah kev push weiter vorne brauchst du dich nach hinten laufen fack wieder zwei von den daunen die maier sind viele laufen alle einzeln rein das wollte ich jetzt gesammelt hab durch das scheiß defen hier alter nicht die defen der links muss er nicht er musste nur noch nach rechts gehen gleich wir müssen jetzt in innen polen oder zumindest in t2 ja okay alles klar gut was recht recht nur doch aber wieder weg also auf das will er machen gleich wieder voll damage auf dem tower kev ja ich habe alles auf dem tower alles auf dem tower den anderen in bauch alles auf dem tower ich dann hast du einen hook für den murdoch nee ich will nicht ich will nicht in murdoch hocken auf dem tower 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 und back 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 ich habe kein leben komplett back los kann mich einer pullen face das war er oder was ja geht lauf lauf zurück ihr müsst jetzt stecken fuck ey alter ein doppel kill mit der ulti ich wollte den murdoch fighten aber ja ja wir sind jetzt 60 sekunden noch ich mach jetzt techn raus hast du solchen her drinne habe ich jetzt ja gut dann gehe ich auf ungebrochener geist habe ich auch drin dann haben wir was gegen den tag speed und du hast was gegen den hier wieder machen ja kann auch noch einen solchen herr solchen herr macht verderbnis auf die gegner das kostet wird verlieren die karte ist auf da ihr seid warte bis wir spawnen aber auch noch ein zeichen also so nebenbei kopiert euch bitte geht doch jetzt noch die europa ist die chase sich bis zum tode wir müssen den übertrag also in gleichstand kennen deswegen macht wenn dann nur die minions am korn nur die minions am korn zurück 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 an korn weil da wir verlieren das noch der bulti 5 sekunden 5 sekunden leute link hat die fälle noch eine ulti warte noch auf uns ja wir sind da wir sind da ok wir gehen rein rektor ja warte 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 wir müssen jetzt sonst verlieren wir den nächsten ja warte die machen erst noch t2 ich versuche gleich irgendwen zu hucken da kommt die ulti nein meine ulti sind sterile gang aua fast die base der murdoch macht mich ich bin tot ja murdoch first target ne sehr schön die dürfen den core nicht machen auroa macht die minions die minions auch geht zum inhip der inhip ah ne der scheiße der core ja fuck aber ich verlegen es geht zum inhip wenn es sein muss links rechts wird man kev rechts die fähren man haben ja alter im netz einer kürz in der mitte mal def doch def doch in der mitte ja genau weil ich habe kein mann wir müssen jetzt machen durch pushen man ja eigentlich müssen wir jetzt aufmachen ihr seid zu dritt das mann erholen wenn dann müsst ihr oder oder push mitte alles andere pusht ihr ja für uns genau links und rechts braucht ihr nicht pushen das pusht ihr für uns und den lebt jetzt nur die shinbi dann lasst uns schnell zum prime gehen ja zu zweit schafft ihr den glaube ich nicht so schnell mit der fähre geht mit wir sind in 20 kunden wieder da wir können auf dem weg ja dann go weißt du so 20 minuten ja ich mach noch minions ja bla bla ja raus pushen wir müssen jetzt instant machen in sind alles drauf hast du ulti das shinbi achtung schieß doch drauf dass du live fliegt oder nicht wir gehen auch direkt dahin ja sehr schön jetzt kommt mitte pushen alle geschlossen mitte durch ja was gilt ich denn hier txt um du fettes stück scheiße du bekommst du bekommst du durch den prime mitte durchziehen jetzt ja ja aber warte ja ja ich habe noch euch die ready bleibt bitte alle bei mir hallo alle da die gauro kommt durch irgendwer kommt von hinten gleich ne aroha ist vorne rampage pusht rechts pusht links habe ich nicht getroffen ja jetzt müssen wir back gehen rampage pusht links unser tor hat kaum noch leben die fähre alleine ich hoffe jetzt nicht getroffen aber ich habe nicht seiner bekommen ob der rampage dreht hierhin um ok ne 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 alter schaden ja du musst irgendwas holten jetzt oh fuck die ist raus gejumped auch da hat irgendwer stase ja ich habe sie gestand weiter 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 ich gehe back dem dicks helfen ihr macht das da ich muss raus wir auch helfen ich gehe auch helfen pusht weiter durch durch weiter durch seit ich gerade ein quadra gemacht ja darauf zu labern macht der wahl weiter 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 der der wollte zum der der schmerzen guckte diese millionen welt an kämpft lorna alter wo es sei es gewonnen schön die da hat man aber wieder glück gehabt junge das war es war gut gefolgt so hat gut geklappt Wer von euch hatte einen Stasenstein dabei? Ich hab die dabei. Ey, das war perfekt gezündet. Sie hat geultet, ich hab meine Ult auf die Aurora gemacht, hab die gemisst, weil sie rausgesprungen ist, weil ich sie aborten wollte und dann machst du in dem Moment den Stasenstein, das hat uns echt in den Arsch gerettet. Ey, guck mal meine Stats an. Alter, Kev, das ist sicher das erste Mal, dass du am meisten Gold hattest. Alter, guck mal, 15,6, was geht ab? Ich hab 20 ins Sist, Junge. Alter, du hast ja auch ne geile Frontline gehabt, Junge. Und ne geile Faye, die reinultet. Ah, war das lustig, ey. Ach, das machen wir, das drehen wir jetzt noch zwei Inips-Rip, Alter. Mach ich gleich so negativ, Mann. Mein Glas ist halb leer. Alter, die Folge... Ja, erst hab ich gesagt, das schaffen wir nicht mehr, aber dann hab ich gesagt, ja, schaffen wir. Die Folge muss ich unbedingt hochladen morgen, ey. Die muss ich gleich noch schneiden, geil. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Marillo, es war eine richtig lustige Folge. Ähm, Daumen nach oben auf jeden Fall, du weißt Zeit in die Kommentare und bis zur nächsten Folge. Stay Pam, tschüss. Tschüss. Tschüss.